Yoruk deutet auf etwas, das zunächst ein Stalaktit oder ein Stalagmit aus Adder zu sein scheint, welche sich beinahe berühren. Die Bruchstücke des in Essenz getränkten Steins, die um das Gebilde herum schweben, lassen kein Zweifel daran. Es war einmal eine vollständige Säule. Wir haben ja das Rückgrat der Seen gebrochen. Jetzt können diejenigen, die im Spätstikel ihr Ende finden, nicht zum ewigen Rad weiterziehen. Sie drängen sich an diesen Ort oder sie schweben darüber. Wo auch immer sie sich befinden, sie alle heulen und toben. Es schien völliger Wahnsinn zu sein, diesen Ort zu schänden, aber jetzt weiß ich, er sehnte sich nur, danach zu entfliehen. Oder vielleicht auch, sich Antomarmoid zu rächen. Vielleicht ist deine Ankunft die Antwort des Gottes der Jagd. Ja. Nehmen wir mal die vier. Dann hat er sich dazu entschieden, uns alle zu bestrafen. Es ist merkwürdig, nur noch so wenig Zeit zu haben, wo sie mir doch vorher im Überfluss zur Verfügung stand. Wahami's Grip on the Flow of Souls must be loosened. After that, well, you are a waterfrau. Wir haben jetzt Kontroll über den Fluss, der Seen muss nachgelassen haben. Nach diesem... Na, und du bist ein Wächter. Ich kann nur hoffen, du weißt mehr über diese Dinge als ich und kannst den Schaden reparieren, den das schlachtende Gesicht hinterlassen hat. An diesem Ort hält sich auch Aix hier auf das suchende Gesicht. Sie weiß vielleicht am besten, wie man mit Wahami fertig wird. Wenn nicht versteht, dann wird das schlachtende Gesicht aber ganz sicher, was Gewalt ist. Ich bin mir sogar sicher, das Gesicht würde Gewalt eindeutig bevorzugen. Ich werde tun, was ich kann. Ich werde mich gleich darum kümmern. Das ist eine Lüge. Beantworte mir doch wieder ein paar Fragen. Ich versuche noch immer, einen Sinn hinter all dem zu erkennen. Es wäre noch merkwürdiger, wenn dir alles völlig normal vorkäme. Wie kann ich dich aufklären? Also ganz ehrlich, nach dem ganzen Mist, den wir schon erlebt haben, seit wir ein Wächter geworden sind, sollte das hier eigentlich Tagesordnung sein für uns. Ich meine, unser letztes Abenteuer war in Rimmergans reich. Das war auch nicht gerade viel einander als das hier. Ja, ich möchte mehr über diesen Ort erfahren. Tomau, was reich ist, nicht leicht zu begreifen. Frage mich nur und ich werde versuchen, dir alles zu erklären. Gut, ich muss auch zugeben, in Rimmergans reich gab es mehr Schnee, weniger Blut und Stoßzähne. Die Sehne verharrt nach so bewegungslos und warte den geduldigen Schweigen auf deine Fragen. Wo bitte ist denn Tomau, weil wenn dies sein reich ist. Siehst du denn nicht seine Rippen, seine Augen, sein Blut? Dieser Ort ist Tomau, weil wir zurückgehen, neigt im Kopf, breitet ihr Ruck die Arme aus. Ich habe so langsam das Gefühl, dass der Gott nichts als ein verdammter Schwindel ist, den sie an genau das anpassen, was sie erreichen wollen. Sein Abenteuer umgibt uns. Wenn du genau hinhörst, kannst du sein Brühen und sein Schnurren vernehmen. Aber seit das Rückgrat der Sehnenfall zerschmettert wurde, ist er viel ruhiger geworden. Sind wir hier im Becken der Erinnerung? Wir befinden uns mitten im Herzen des Schmelzziegels. Das Becken der Erinnerung war nichts als der Eingang. Sehr viele Offs, he? Falls du versuchen solltest herauszufinden, wo du dich gerade befindest. Nun, was einer Antwort am nächsten kommt, ist die Aussage, dass der Seele in der Statue der Gesichter der Jagd steckt. Und was genau tust du hier, dass er angeblich deinem Gott dienen soll? Unsere Aufgabe ist, den Schmelzziegel durch unseren Gesang zum Handeln zu bringen. Auf diese Weise den Weg für einen wahren Weltstreit der Fähigkeiten zu bereiten. Ich bin mir ziemlich sicher, denn er erzählt nicht die ganze Wahrheit, Wächter. Mit verhängten Augen betrachtet Konstantin kritisch Irrug. Wir zaubern zwar Gegner für den Weltstreit herbei, doch wir kontrollieren sie nicht und mischen uns auch in die Kämpfe nicht ein. Wenn ich mich einmische, würde das den Zweck dieses Ortes zuwiderlaufen. Wie sollen wir den besten Jäger finden, wenn wir die Jagd manipulieren? Hier. Ich muss mehr über dich und die anderen erfahren, die an diesem Ort verweilen. Dann fragen und vielleicht kann ich dir die Klarheit verschaffen. Die Seele verharrt noch zu bewegungslos und wartet in geduldigem Schweigen auf deine Fragen. Als Romai von der Disharmonie der Seen gesprochen hat, beruhte das also darauf, dass sie spüren konnte, wie ihr drei euch streitet? Ich vermute, sie hat die Unterbrechung im Fluss der Seen gespürt, nachdem Wehami Spuren hinterlassen hat. Irrug deutet auf die zerbrochene Adrasäule. Ich fürchte den langsamen Tod dieses Ortes oder die wundentbrannte Rückkehr von Tomamowai, wenn das Rückgrat gebrochen bleibt. Wie viele von euch sind denn hier drin? Alle, die im Spätstiger sterben, passieren diesen Ort, aber nur wir drei verharren, um den Gott der Jagd zu ehren. Wir haben hier Aixia und ich. Seit Wehami die Säule beschädigt hat, konnte ich flüchtige Blicke auf andere Seelen erhaschen. Verloren, auf Abwege geraten und vergänglich. Ich nehme mal an, das wird sich fortsetzen, bis die Seelen wieder ordnungsgemäß zum ewigen Rad zurückkehren können. So ewig ist das Rad nicht. Du hast wahrscheinlich das Memo nicht gekriegt, aber Eotas will es platt machen. Wenn wir ihn nicht aufhalten, wenn wir ihn aufhalten wollen. Kommt drauf an. Gab es noch andere Gesichter, bevor ihr gekommen seid? Nein, es waren immer wir drei. Ich kann mich an keine Zeit ohne die anderen erinnern. Vielleicht hofft Wehami dir seine Rolle als schlachtendes Gesicht aufbürden und diesem Ort entkommen zu können. Bisschen komisch geschrieben, aber ist richtig. Dieser Kerl hat dich eindeutig noch nie im Leben zu Gesicht bekommen, Captain. Nein, hat er nicht. Ich hatte angenau, so etwas sei unmöglich, aber er ist festgeschossen, es zu versuchen. Gut, ich habe genug gehört. Möge Tomorrow, weil deine Jagd leiten. Erochs Gestalt verschwimmt zu einem schwachen Licht und verschwindet in Richtung Südwesten. Ja, Meister der Jagd. Da ich nun zum Meister gekrönt wurde, kann ich mit den Gesichtern der Jagd sprechen, und mehr über die Krise auf Kasuvari erfahren. Ich kann über das Becken der Erinnerung mit ihnen kommunizieren. Ich habe über das Becken der Erinnerung einen Bereich im Jenseits betreten. Antworten und möglicherweise sogar die Lösung für die Probleme, die Kasuvari plagen, sind in greifbarer Nähe. Ich habe Eryk, die gestandene Seele hinter dem überlebenden Gesicht, kennengelernt. Sie sagte mir, dass Vihami das schlachtende Gesicht die Verbindung der Insel zum Jenseits unterbrochen habe. Eryk möchte, dass dieses Band wieder hergestellt wird. Und ja, das Wasser hier fließt auch mal wieder rückwärts. Ist das das Einzige? Nein, ich kann mir auch die Hauer anziehen. Der Fluss aus Nebel und Wasser ist hier fehl am Platz. Jeder Stoßzahn fühlt sich so weich wie Treibholz an. Das Blut ist noch immer feucht. Na gut, dann gehen wir mal hier runter. So? So? Worry not, Your Majesty. Our nation has supplied Kasuvari with the best architects to have ever graced Deora. The site will be a marvel for the ages. There will be no debate. This place will be built by Hauana Hands and Minds, or not at all. I will hear no more of it. I am certain, a compromise can be found. If I might be dismissed, I will notify my superiors at once. Das war dann wohl das... Ja, das war das... Äh, der Seeker? Mh... König Vingaro Ovaturi? Ja, der mal wieder. Die Insel geht zu meinem Reich. Alles wird auch nach meinem Befehl errichtet werden. Keine Sorge, Eure Majestät. Unser nationaler Kasuvari, die besten Architekten, die es jemals in Eora gab, bereitgestellt. Die Baumwerke werden über Jahrhunderte weg bestaunt werden. Es wird keine Diskussion geben. Dieser Ort wird von den Köpfen und Händen der Hauana erbaut oder gar nicht. Ich will nichts mehr davon hören. Es soll noch gewisse Kompromisse gefunden werden. Sollte ich entlassen werden, werde ich meine Vorgesetzten sofort darüber informieren. Ja, und hier sieht auch alles eher nach Spinne aus. Hier oben sieht halt alles nach Wildschwein aus. Also das sollen wohl Spinnenaugen sein. Unzählige Spinnenaugen glitzen feucht, während sie dich beobachten. Mm-hmm. Und hier. Sieht so aus, als Vater der Seeker am Bau des Rates beteiligt. Das Wehen der Haar und Gewand von Exxia wehen leicht trotz der Windstelle in dieser Ecke des Jenseits. Ihr Gesicht und ihre Züge erscheinen hier definierter und du siehst nun ihre starre Haltung und die Falten, die Jahrzehnte der Sorge und Frustration ihr beschert haben. So, wir sehen uns wieder. Ich entschuldige mich für den seltsamen Treffpunkt und die Schroffheit unserer Einladung. Du stehst mitten im Herzen des Schmelztiegels. Als einer der Hüter dieses Ortes schmerzt es mich zuzugeben, dass du uns in einem Zustand der Schwäche antriffst. Sie deutet auf die massive Säule, die durch die scheinbar entlose Landschaft verläuft. Wer bist du eigentlich? Ich nehme an, dass die zerbrochene Säule schuld an den unruhigen Seelen ist, die Humayra erwähnte. Mir wurde gesagt, dass Wehami plant von diesem Ort zu entkommen. Eure Säule ist ein bisschen schief. Mich kümmert es nicht. Hol mich hier raus. Wer bist du eigentlich? Es gibt sie aber auch, dass du alles nachdenbern hast. Ich möchte das nicht als ein Sch freut als Junge. Wie deep gibt es?